www.modetreff.de www.modetreff.de die Bermudas und das Volant-Gleichen Sie und er topmodisch in reiner Baumwolle hochaktueller Bluson mit Stonewashed Jeans Volant-Mini-Chip kombiniert mit Bluse ein jugendliches Ensemble Schillet mit Nippengarnitur und Hose Dazu die originelle Bluse. Leicht zu tragen und zu pflegen, Baumwollbluse mit modischer Hose. Fantasie in reiner Baumwolle. Die Modemacher bei Co. haben sich einiges einfallen lassen. Das wird ein bunter Modefrühling. Neue Farben blühen auf und man fühlt sich richtig wohl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, achten Sie auf das Modejournal von Ihrem Coop-Warenhaus. Nehmen Sie sich daraus Ihre ganz persönliche Bordkarte. Und diese stempeln Sie dann ab im Glücksautomat in Ihrem Coop-Warenhaus. Ihren persönlichen Gewinn können Sie dann gerade mit Hause nehmen. Es sind das Gutsche für Swissair Gratisflüge, Swissair Tasche, Swissair Schirm usw. Zudem können Sie einen Swissair Städteflug nach London gewinnen. Wenn Sie Ihres persönlichen Jackpot los in das Coop-Warenhaus einwerfen. Und jetzt Achtung! Das Cockpit frei für unsere kleinen Jumbo-Piloten. Holen Sie in Ihrem Coop-Warenhaus einen solchen Bastelbogen. Und dann zeigen Sie mal, wie originell eigentlich ein so ein Swissair Jumbo aussehen könnte. Zu gewinnen gibt es auch hier Gratisflüge von Swissair, dann die Flughafenbesichtigungen zu Kloten vom Amt für Luftverkehr und Swissair Modellbaukästen von der bekannten Qualitätsmarke Revell. Also, follow me, kommen Sie doch auch mit zum Modetreffpunkt Airport, Ihrem Coop-Warenhaus. Das ist Moden international! Einen schönen Frühling miteinander! Ja, und damit Sie topfit in die Frühlingsmode einsteigen können, haben wir für Sie noch ein Rezept bereit mit viel Vitaminen. Drum schalten wir jetzt um in die Studioküche! Grüezi miteinander! Heute möchte ich Ihnen noch frischende und vitaminreiche Vorspeisse zeigen. Es braucht dazu Grapefraut, Rahmquark, Schnittlauch und Gewürz. Die Grapefraut halbieren wir und mit so einem Spezialmesser das Fruchtfleisch sorgfältig lösen, damit die Schale nicht verletzt wird. Das Fruchtfleisch schneiden wir jetzt in Stückchen und gesen den Saft ab. Die Fruchtfleischstücke werden mit dem Rahmquark vermischt mit dem Schnittlauch und dem Gewürz. Die Füllung ziehen wir dann wieder zurück in die Grapefrauthälfte. Eine halbe Stunde kühl stellen und vor dem Servieren den gefüllten Grapefraut mit Nüssli-Salat oder Grisse garnieren. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Einen guten! Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 Kilo Vialone Risotto-Reis statt 2 Franken nur 1,60. 900 Gramm Ankel-Benz-Reis statt 3,20 nur 2,60. Alle Coop-Sirup in der 1 Liter Flasche sind jetzt 50 Grape günstiger. Delikates-Fleischkäse 100 Gramm nur 90 Grape. Und nur morgen über morgen und am Samstag ein Bund Spray-Nägel in nur 4,20. Jaffa-Gräbfraut in der Tragtasche das Kilo nur 1,30. Und hier noch der aktuelle Preisschlager. Die Tasche für Sport, Freizeit und Reis aus strapazierfähigem Nylon gibt es jetzt in allen Coop-Center und Warenhäusern für nur 25 Franken. In den grossen Coop-Center mit Fotoabteilung gibt es jetzt Kodak 4000 für 98 Franken. Das Aquapocket-Set mit Etwi und 3 Farbfilme für 95 Franken. Und Polaroid Amigo für 69 Franken in der Coop-Center mit Fotoabteilung. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017